Wann bist du jetzt hier? Gehst du mir jetzt zum Kippen? Willkommen heute in der HDI Arena in Hannover zum Spiel Hannover 96 gegen Wettvoll. Leipzig, ich bin heute da mit meinem Bruder, den können wir uns mal zeigen vor der Kamera. Servus, willkommen zum Spiel Hannover 96 gegen Wettvoll. Leipzig. Wir hoffen auf ein spannendes Spiel und wie gesagt, hier sieht man schon eine kleine Choreo zum Thema Red Bull. Hannover sagt Nein zum Produkt RB. Wie ja alle wissen, ist ja RB Red Bull Getränkehersteller und das Thema Martin Kind wird heute wahrscheinlich auch wieder zum Ausdruck gebracht in Hannover. Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß, wo ihr auch immer seid.